Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Devil May Cry. So, jetzt sind wir am Anfang von Mission 5, nachdem wir das letzte Mal ja unseren Froschfreund getötet haben. Und mal gerade sehen, was wir so Power-Up-technisch machen können. Hm, Red-Green vielleicht. Oh, Streak ist RBS4. Den benutze ich ja doch schon mal öfter. Also, macht das denke ich schon Sinn. Ah, was ist ein Kalibur? Oh, wohl eher nicht. Oh, und Roulette Spin ist... Hm, gehe ich für Split. Das macht, denke ich mal, für mich jetzt momentan den meisten Sinn. Da kann ich noch irgendwas. 1300, 1300, nee kann ich nicht. Devil Pringer müssen wir halt auch irgendwann nur noch hochleveln. Aber das für einen Moment ist ganz gut, würde ich meinen. Und da fangen wir mal an. Hmm. internaßig... ... ... Das war's für heute. Und damit haben wir eine neue Art von Dämonen als Gegner freigeschaltet. Ich glaube die hießen, wenn ich mich richtig erinnere, Mephisto. Oder war das Faust? Es gibt halt noch eine andere Variante von ihm. Hey. Ah, ich erinnere mich. Gut. Dann machen wir ihn halt ein bisschen nackt soweit. Bin ich halt gerade ein bisschen im Ausprobieren. So, und er ist tot. Wie ging das mit Streak jetzt nochmal? RB, Vor und Dreieck? Automatische Suche? Nee. Fähigkeitenliste, Red Green. Ja, Split war's, nicht Streak. RB, LS, 4, Y. So. Aber das war doch irgendwie ein ganz anderer Skill. Hatte ich zumindest so ein Gefühl. Muss man halt auch erstmal so ein bisschen, oh, unsere Faust leuchtet. Das ist nämlich ein Skill, den wir jetzt dadurch bekommen haben. Das ist nämlich das automatische Suche, die da eben gestanden hat. Dass wir halt den Froschtypen besiegt haben. Und ich weiß ja noch, wo es ist. Hier. Und jetzt immer, wenn es irgendwo Gegenstände, wie zum Beispiel solche Zusatzmissionen oder anderes gibt, leuchtet unsere Hand ein bisschen auf. So. Geheimmission 3. Gewaltloser Widerstand. Erreichen Sie einen höheren Stilrang ohne Angriffe zu benutzen. Gut. Da bräuchte ich sowas wie einen Tablehopper für, aber da ich den ja nicht gestillt hab, äh, lassen wir die Mission mal sein. So. Dann hier rein. Oh. Ein paar von unseren Freunden sind hier. So, komm mal. Ich auch noch. Dein Freund ist ja schon. So. Oh, natürlich kommt dann auch noch ein anderer. Die machen echt gar nicht mal wenig Schaden. Und das gefällt mir ehrlicherweise so gar nicht. Wär's, wenn das mal so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hab. So, jetzt. Weil eben die Nummer mit deinem Schild ging mir schon so ein bisschen auf die Eier. Aber da uns eine Faust leuchtet und wir hier einen Spiegel haben. Und hier hätten wir dann direkt schon die nächste Mission. Die was ist? Geheim Mission Nummer 10. Puppenspieler. Und zerstören sie alles. Das probiere ich mal. Ich erinnere mich zwar nicht wirklich dran. Also, wir haben nur eine gewisse Zeit, um mit den Kreiseklingen dann Dinge kaputt zu hauen. Steht hier was? Nee. Müssen wir halt, denke ich mal, hier einfach durch. Die Frage ist jetzt natürlich auch, werden wir von irgendwelchen Dämonen angegriffen oder... Ah, hier ist dann einer und hier hinten ist ein bisschen Health. Das ist jetzt halt schon so ein bisschen lästig. Weil wir müssen das Teil hier halt loswerden. Geht das auch so? Ja, es geht auch so gut. So. Da haben wir auf jeden Fall schon mal zwei von fünfen. Einen haben wir ja schon gesehen, dass der da hinten drin ist. Die Frage ist jetzt auch, muss ich durch Türen durchgehen? Da hinten ist einer. Hier ist der andere, den wir ja schon mal gesehen hatten. So. So. Ah, da ist der. Aber das ist gar kein Problem. Den haben wir jetzt ja hier gesehen. Und für den anderen, da könnte die Zeit vielleicht ein bisschen knapp werden. Vor allem, wenn er zu weit fliegt. Aber ich glaube, er steht ziemlich richtig. Ja, er steht auch ziemlich richtig. Und dann haben wir einen blauen Kristall dazu bekommen. Weil es halt so die Frage. So. Also ein Teil eines blauen Kristalls. Ah, das könnte man jetzt also erneut machen. Aber nee, lass mal. Einer der Gründe, weswegen ich es ja gemacht habe, war für Heilung. Weil so viel Health hatten wir ja nicht mehr. So. Das hier ist jetzt geöffnet. Das hier ist ja das, woran wir das letzte Mal ja so drüber hangeln mussten. Guck mal sehen. Aber zuerst muss ich dich ja so aktivieren. Und dann können wir dich so drüber jagen. Und natürlich bleibst du kurz davor stehen. Nee, lass mal. So ist dahin. Und wir sind jetzt eine Etage tiefer, würde ich meinen. Und da ist auch schon die nächste Fähigkeit, die Neo jetzt bekommen wird. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt sind beide ein bisschen angeschlagen, was ja auch mein Ziel war. Damit ich sie ein bisschen bearbeiten kann. So. Dann gib mal her und gut nachts. Was mich halt teilweise schon ein bisschen aufregt, ist, wenn der nie so richtig greifen will. Aber ist ja egal, weil das Teil ist offen. So. Flügeltalisman. Ein Talisman aus kristallisierten Engelsflügeln. Er kann einigen Gegenständen eine göttliche Reaktion hervorrufen. Und jetzt können wir halt eine Etage nach oben. Also gibt es hier unten irgendwie sonst noch was. Da kommen wir nicht ran, würde ich meinen. Aber hier die Heilung nehme ich doch gerne mit. So. Und dann. Oh. Zumindest bekommen wir ja keinen Falschschaden. Aber das wäre dann ein bisschen uncool. Lass mal sehen. Ja, das ist nett. Aber ich will hier hin. Weil, haben wir ja gerade gesehen, hier ist ein Kristall. Aus dem wir dann noch ein paar rote Orbs rauskennen können. So. So, dann können wir jetzt ja hier rüber. Obwohl. Was ist denn hier? Aber wenn man ja schon mal hier ist, dann kann man ja mal nachsehen. So. Was war also hier das? Zumindest denke ich mal, dass es hier das war. Ja, war es gut. Nicht, dass ich halt noch eine Etage übersehen hätte. So. Und das hier ist die. Oh. So. Das wollte ich. Das wollte ich nicht. So. Da müssen wir halt wieder hoch. Hier rüber. Da drauf. Hier. Lebenskraftstern. Größe S. So. Dann. Hier rüber. Und wir sind ganz oben. Nachdem wir das Teil dann ja an Stockwerk tiefer gelegt haben. Und gewohnterweise, wenn wir hier in dem Raum sind, müssen wir ja ein paar von denen so ein paar Kerlen erledigen. So. Wieso gar nicht schlimm, Freunde? Oder vielleicht doch schlimm. So. Jetzt sind es zumindest schon mal beide ein bisschen angeschlagen. Zeit, dein Kleid auszuziehen. Wieso? Der ist erledigt. Der Freund hier ist jetzt ziemlich gleich erledigt. Und da wir ja, als wir die Mission angefangen haben, das eine Gebiet gesehen haben, müssen wir wohl also nicht das hier, sondern das oben drüber in der anderen Halle, euch ignoriere jetzt mal... Also, ich sollte hier raus müssen. Ja. Der Flügeltal ist mal vibriert. Der reagiert auf etwas in diesem Raum. Weil das ist ja das, was wir gesehen hatten. Tja, das Teil hat halt schon so seltsam ausgesehen, dass man nur drauf einschlagen kann. So, und dann geht es hier ab durch den Raum durch. Und ein Stockwerk tiefer. Ah, hier ist noch ein Stern. Da haben wir einen zweiten Lebenskraftstern erhalten. Und wir sind im Untergrundlabor angekommen. Was heißt, die Mission müsste eigentlich bald vorüber sein. Weil das Untergrundlabor gehörte, glaube ich, hier nicht dazu. Und da ist die Mission ist oder nicht. So, was geht's auch hier? Und da ist der Moment die Mission. Okay, das ist auf der Grundlabor an. Und da sind die Mission. Oh, was ist es? Und da ist das so. Oh, was ist es? So, ich weiß, dass ich nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, er kam zu uns. Es war glücklich, dass ich in den Ascensionen konnte. Ah! Seine Heiligkeit! Sie sehen, dass Sie so großartig sind. Sie hat diesen Nero geklärtet, um zu finden, Dante? Sie fragen, meine Redaktion. Ja! Was soll vor mir sein? Ob er auf meine Forschung? Unsere Priorität ist, um zu holen Dante zu holen. Warum, du... Krater. Ja, seine Heilung. Gather, alle. Ich muss... ...ease ihre Gedanken auf diese Sache. Natürlich. Tja, und damit ist das denn auch erledigt. Und... ...da wir schon mal sehen wir uns dann zur nächsten Mission, wo es wieder heißt... ...Let's Play Devil May Cry.